So, jetzt können wir mal rumbekommen. Ah, hallo, wie aufs Stichwort. Ich hab kein Mehl, ein Grund, Idiot. Ich kann Mehl. Uh, Öl geht. Ja, geht aber aus. Hopp, hopp, hoppam. Passt, prima. Hier hatten wir doch schon mal hier. Sie waren doch der Backlack, gell? Gut, bei Ihnen kann ich mir vorstellen, was sieht da aus. Macht bestimmt Brot für die... Wie, du Quatschk... Oh, verdammt, scheiße. Das geht doch gar nicht. Hättest doch vorher was sagen können, du Schlumpf. 50... So, läuft. So, läuft. Uhhh die schnitt dass ich gerade am räumen bin die war gut Oh, kurz war ich nett. Sie sehen aus wie ein Mann. Ich sollte gleich mal Öl ablegen. Aber schnell. Nudeln. Sehr gut. Ah, das ist immer schick. Ich bin auch stark davon, dass ich das Ding da hinkriege. Ich will nur hören. Nein. Ja, das. Ich bin auch stark davon, dass ich das Ding da hinkriege. Ah, ich mach's nicht schon, ich mach's nicht schon an. Ich mach's nicht nur stark. Ah, sie kenne ich doch. Boah. Das ist gut. Das sind die Gäste, ne? Kann ich auch. Oh, der dann. Morgz aber. Hi. Oh, die ganze Regale sind, ja. Aber gut, man kann eh grad zumachen. Ich bin auch gespannt, die kommt bestimmt. Ah, irgendwas. Schnell zumachen. Aus die Maus. Ja. 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 Was? Gut, das ist jetzt auch nicht gespattet. So. Kudel, Mehl, Öl, Müsli und wir hätten dann auch noch genug Kohle um diese Lizenz So, Wasserblaschen So, Wasserblaschen müssen wir dann war das ist was sagt der tag einmal produktlich von 135 trotz dass mal trotz miete hättungskosten ja die rechnung und alles haben wir immer noch okay dann schauen wir mal was der nächste tag bringt wir haben nicht genug geld gibt es kühlschrank gelber als neue oh leute er ist doch mal gut ja jetzt war er noch kaum also ja festgestellt haben was gut drauf ja Hier? Ah! Kaffee! Das ist Bücke? so kaffee machen wir mal so was an die rechnung die haben wir schneiden beziehungsweise an das kasse warte kurz supermarkt level 4 hey kollege du brauchst garantiert mehl hallo hat heute kein mehl so aber wie geht was hast du mit von schweißig hans und gläse was mache ich denn jetzt das kürchen Und da ich mich drauf. Der... Oh, okay. Das hat wir alle. Ihr habt noch gar keine Kauf. Was? Was? Was läuft hier? Ah, die Daumen mit dem Schiff. Wie... Als ob sie nichts vertreten wollen. Achso, nein. 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 Nein, ich muss noch ein paar Puderzucker bestellen. Gute... Abwechslung ja weil ich noch keinen habe ich habe enges gefühl das mit meinem körper wird eng Mehl ist an. Ich glaube, es wird jetzt bestimmt kein Mehl. Ich glaube, es wird hier. Applaus 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 Schön, dass die in den Finne kommt, sie sind ja auch gar nicht im Regal, du Schlumpf. Ach, Alter! Nehme ich jetzt mal von der Weide-Tauschenhöhle. Moja, Hama. Blöden. Und in Blöden Lade. Und in Blöden. Blöden. Gulation. Und. Oh ja. gut okay dann ich sagen war es das mal für den Tag heute okay bevor wir dann den nächsten Tag anfangen würde ich sagen wir enden heute mal mit dieser Folge wenn es dann morgen wieder ihr wisst ja damit ich weitermache oder Kommentare wo ihr mir sagt dass ich weitermache oder Discord wo ihr mir sagt dass ich weitermache oder ihr guckt einfach ganz viel wie beim Farming Simulator so ansonsten würde ich dann sagen wir sehen uns morgen tschüss Leute